Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Ja, ich habe ein bisschen am Zähm-Turm weitergebaut, habe mir auch, oder stelle mir nach wie vor noch Narkose mit leer, habe noch eine ganze Menge in der Herstellung gehabt und eine ganze Menge hergestellt. Und zwar, wir werden einmal, ich zeige euch mal kurz den Zähm-Turm und dann werden wir mit unserem Agentarwiss einen kleinen Ausflug unternehmen. Und zwar, wir werden einmal ins Wintergebiet fahren, beziehungsweise ins Schnee-Biom und werden uns dort ein bisschen umsehen. Und zwar, die können ich eigentlich mal, naja, komm, die kann ich droppen. Dann kommen die auch mal hier raus. Was haben wir hier noch? Die können auch weg. Ich bräuchte meine Rüstung. Wo habe ich denn meine Rüstung hin? Rüstung, Rüstung, Rüstung. Habe ich die hier rein? Nö. Hier ist das Zeug drin, okay. Hier reingepackt, irgendwann habe ich meine Rüstung hin. Hier ist sie. Und zwar bräuchte ich die, äh, ne, nicht Lederrüstung, ich bräuchte die Pelzrüstung, die nämlich Wärme gibt. Pelzjacke. Äh, dann haben wir hier Stoffhose. Ne, die ist es nicht. Dies hier ist die Pelzhose. Stoffschuhe, Stoffschuhe, Stoffschuhe. Äh, Leder, Leder, Leder. Normale, ah, hier, die Mütze noch. Genau. Das müsste dann soweit passen. Äh, kann ich mir denn eigentlich? Ich habe ja ein paar Rezepte. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier diesen, äh, Chili. Rüstpanzer, diesen Tarnpanzer. Könnte ich hier letztendlich in blau sogar herstellen. Wir haben Sattel, ein paar Rhinosaurus haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Mammothsattel haben wir auch noch nicht. Wir haben eine Leder, eine Fackel, die ich herstellen könnte. Sonst leider, ja, nichts großartig sinnvolles. Hier den Stromgenerator. Äh, den werden wir auch nochmal bauen. Electronic und Metall. Mit Strom werde ich mich auch irgendwann mal beschäftigen. Allerdings, das ist, äh, wie mit dem Wasser eine recht komplizierte Sache. Mit diesen Rohrleitungen und was weiß ich alles. Deswegen, das wird irgendwann später mal kommen. So, wir haben unseren Agentar, der ist so gut wie leer. Er ist Stufe 60. Wir packen das Ganze nochmal in Tragelast da. Ich vorhabe auch natürlich, äh, entweder ich nehme hier einen Wolf mit, wenn er einen Wolf unten tragen kann. Und ich nehme hier auf jeden Fall, äh, ich brauche noch einige Perlenöl. Ja, Perlenöl hauptsächlich. Und deswegen werden wir uns da mal auf die Suche machen. Und ein bisschen leveln werden wir ihn. Selbstverständlich auch. Was ich noch brauche, ist Fleisch. Aber ich zeige euch erstmal, was ich gebaut habe. Weil man sieht, ich habe jetzt einen riesengroßen Kasten letztendlich. Ähm, man kann hier reingehen mit der Tür. Allen drum und dran. So. Kann dann hier hoch. Hier wird der Dino reingelegt. Der landet dann hier unten drin. Hier kommt noch das Geländer. Das fehlt leider noch. Und dann kann man jetzt hier, äh, letztendlich hier unten auf den Dino schießen. Bis er betäubt ist. Und ihn dann dementsprechend zähmen. Hierin ist schon ein Schrank mit Narkosemittel drin. Auf der anderen Seite, äh, ist ein bisschen uneleg... Äh, was heißt unelegent? Unelegander. Elegander. Äh, nicht ganz so elegant gelöst. Und zwar die Leiter hier geht's nach oben. Dann kann man hier hoch. Hier fehlt noch ein bisschen was. Ich hab... Mir gingen allerdings jetzt die Steine wieder aus. Und dann kann man von hier oben auch aus... Äh, auch drauf schießen. Und letztendlich dann hier den Dino aus dem Tor raus, äh, ziehen. Wenn er denn dementsprechend, äh, fertig ist. Mit der Zähmung. Finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Äh, ich glaube es hat ein bisschen was. Ist auf jeden Fall ein riesengroßes Ding. Wollte es eigentlich gar nicht so groß bauen. Aber man hat dafür... Ja, man kann den Dino jetzt sehr leicht ablegen. Und er soll... Man soll hier ohne Probleme treffen können. So, äh, folgendes. Ich wollte jetzt noch... Genau, ich brauch noch schnell ein bisschen eigenes Fleisch für mich. Das heißt, ich muss schnell noch ein bisschen was, äh, grillen. Beziehungsweise... Machen wir eigentlich schnell hier drin. Und zwar, du hast noch tonnenweise Fleisch. Dann habe ich die Klamotten dabei. Hier müsste, glaube ich, sogar noch... Ne, hier liegt nur noch Holzkohle drin. Äh, hier liegt allerdings noch Holz. Holz, Fleisch, Fleisch. Und einmal anzünden, bitte. So, dann kann das hier weg. Die Holzkohle lagern wir hier. Hier habe ich auch noch ein bisschen, äh, Material drin. Allerdings nicht viel. Äh, hier sind noch ein paar... Äh, noch ein Ei, Spino-Ei. Die sind mittlerweile... Habe ich auch drüben gelagert meine Eier. Ich habe da eine ganze Menge eigentlich mittlerweile davon. Da ich die immer fleißig aufgesammelt habe, wenn ich welche gesehen habe. Äh, hier haben wir noch ein paar Klamotten. Ehrensamen. Okay, alles, was man eigentlich nicht braucht. Was haben wir hier drin? Auch Klamotten. Noch ein bisschen Schettin, okay. Aber sonst auch nichts Spektakuläres. Äh, wir ziehen uns gleich mal die drei Fleisch, die wir noch haben. Ziehen wir uns mal rein. Okay. Dann kommen wir hier gleich nochmal wieder her. Genau. Und wir haben mittlerweile auch einen Frosch gezähmt. Und schauen wir mal kurz nach unseren Tierchen. Und dann mache ich mich aber auf den Weg. Wir haben nämlich Level ab. Zwei Level sogar. Äh, wir stecken dir erstmal was in Gesundheit, dass du ein bisschen mehr aushältst. Mir wurde gesagt, wenn ich die hier auf Wandern stelle, äh, habe ich das Problem, dass wir die Klippe runterrennen. Das heißt, ich müsste erst das ganze Ding noch einmal umzäunen. Äh, bei Gelegenheit. Das kostet wirklich extrem viel Zeit, weil ich eben extrem viele Mauern brauche dafür. Deswegen, äh, würde ich das Ganze erstmal lassen. Und, äh, dann irgendwann später mal das Ding umzäunen. Dass die Dinos hier wandern können und auch selbstständig farmen können. So, wir stecken dir erstmal was in, äh, ja, in Ausdauer auf jeden Fall. In Tragekapazität. Der ist auch schon Level 116. Der Spino hat auch drei Level gemacht. Ja, du kriegst mal was in Trage, darfst du gar nichts tragen. Der hier ist mega genial. Level 130. Der haut ordentlich rein. So, wir stecken dir mal was in, äh, nochmal eins in Ausdauer und nochmal was in Gewicht. Und mein T-Rex ist, äh, zwei Level immerhin gestiegen. Hier stecken wir mal was in Tragekapazität. Der hier ist mega geil. Der ist extrem schnell. So, wir haben aber übrigens mittlerweile eine ganz nette Sammlung an Dinos. So schlimm ist es nicht mehr. Oh, wir haben selbst auch ein Level up. Äh, stecken wir in, ja, da wir jetzt ins Schneegebiet fahren, nochmal was in, ähm, ja, in meiner Resistierung. Existenzen letztendlich. Werde ich brauchen. So, hier haben wir fünf Fleisch. Das müsste auf jeden Fall reichen. So viel Fleisch brauche ich im Normalfall nicht. Wenn nicht, kann ich mir auch im, äh, Schneebiom noch ein bisschen was braten. Denn ich habe dort ja eine kleine Hütte gebaut. Nichts Großes, aber immerhin besser als nichts. Und ja, da machen wir uns jetzt einmal auf den Weg. Da ist ein Paracet mal wieder gefangen. Den zerlegen wir noch. Der hat ja nämlich rein gar nichts probiert, äh, zu suchen. Oh, der dürfte, oh, der müsste recht hochlevelig sein. Der hält, der hält gut aus, auf jeden Fall. Na, komm her. Ah, wohl, Level 20. So, und dann, äh, machen wir uns einmal auf den Flug, äh, ja, Richtung Schnee. Da müsste ich dann, ja, hier hinten ist das Schnee. Eigentlich genau, ziemlich geradeaus. Dann kommen wir auch da hin. Äh, auf dem Weg dorthin selbst, äh, gut Eier nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Ich nehme auf jeden Fall wieder Strähle mit, wenn sie in der Nähe sind. Und ich wäre auch den einen oder anderen Dino nicht abgeneigt, äh, aber dann gerade wahrscheinlich eher im Schneebiom. Dann baue ich mir nämlich dort eine Mini-Basis auf. Und, ja, lasst dort die Dinos ein bisschen machen, was sie wollen. Bergbank und so weiter müsste ich mir ohne Probleme hinstellen können. Genauso wie so eine Schmiede. Ich habe ja alles dabei, um das ganze Zeug abzubauen. Wir schauen mal, wie lange wir im Schneebiom bleiben. Kommt eigentlich ein bisschen auf die Temperatur an, wie viel ich da aushalte. Äh, ich habe ja die Klamotten dabei. Allerdings, ja, unendlich lange helfen die leider auch nicht. Äh, ist es der linke oder ist es der rechte? Ich glaube, der rechte. Der hier, oder? Ja. Da muss ich hin. Zu dem hier, da bin ich dann richtig dementsprechend. So, wir müssen einmal kurz zwischenlanden. Äh, der Agentar, es kann zwar eine ganze Menge fliegen, allerdings natürlich nicht unendlich. Vielleicht stecke ich da wirklich nochmal ein bisschen was in Ausdauer, die nächsten Level. Er ist ja erst Level 60. Oder? Ja, Level 60 ist er erst. Also, er hat da noch ordentlich Kapazitäten. Aber mal wieder ein kleiner Ausflug schadet auch nicht, nachdem wir jetzt die letzten zwei, drei Folgen nur gebaut haben und den einen oder anderen Dino zwar auch gezähmt haben, aber kleiner Ausflug ist auch mal wieder drin. Äh, Wald, äh, werden wir großzügig überfliegen. Aus Gründen, die vor drei, vier Folgen passiert sind. Äh, ich nehme jetzt nicht an, dass wirklich ganz oben im letzten Baumgipfel irgendwo so ein Dino hängt, der mich jetzt gleich runterhaut. Also, wenn er auf dem Baum hochkraxelt, bis zur Spitze, dann Respekt. Und dann müsste der Dino auch am Fallschaden draufgehen. Oh, das war echt, also Wald ist extrem bescheuertes Bio, weil die hauen einfach einem wirklich von, ich wurde vom Paracere komplett nach unten gehauen. Oh, das ist ein lila Strahl. Wurde vom Paracere nach unten geschmissen und war dann letztendlich schon halbtot, weil der Fallschaden halt dementsprechend krass ist. Und, ja, dann hat der Dino letztendlich ein Level 3, klar, mit Prozellwitzantiger, irgendwas in der Richtung, oder Tiger, oder was auch immer. Haben wir dann letztendlich den Rest gegeben. Schade, der lila Strahl ist weg. Den hätte ich gerne eingesammelt. Aber, na gut, wir werden irgendwo schon noch einen finden. Geht gerne mal einen roten. Da müsste relativ gute Beute nämlich drin sein. So, da unten ist ein Spino. Hier sind noch die ein oder anderen kleinen Dinos, aber, boah, ich könnte noch ein paar Level machen. Aber ich wollte jetzt eigentlich schnellstmöglich erstmal ins Schneebiom. So, wir ruhen uns mal kurz aus auf jeden Fall. Ja, und nach Möglichkeit würde ich mir dann im Schneebiom mit meinem Argentavis eben mir einen Wolf schnappen, den mir unten dran klemmen und dann schauen, dass ich, ja, den bis in meine Basis zurückschlepp. Zähm, ja, vielleicht im Schneebiom oder eher zu Hause zähm. Ich glaube auch fast eher zu Hause zähm. Ich weiß noch nicht, wie es mit dem Landen ist. Wenn ich mit dem Argentavis lande, müsste er den Dino wahrscheinlich aus den Krallen raus verlieren. Aber ich müsste ihn dann wieder hochheben können normalerweise. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich muss ja nach wie vor noch einiges in dem Spiel dazulernen. Allwissen bin ich nach wie vor noch nicht, aber wir sind mittlerweile auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Und mittlerweile läuft es halbwegs in Ordnung. Also ganz so viele Chaosfolgen gibt es im Moment nicht mehr, Gott sei Dank. So, hier ist das mega geile Levelgebiet, denn hier ist schön alles flach. Hier sind extrem viele Dinos. Hier nehmen wir noch den einen oder anderen Dino auf jeden Fall schnell mit. Denn hier können wir sehr viele Level machen auf jeden Fall. Mit relativ wenig Aufwand. Denn wir hacken hier einfach schnell ein bisschen durch die Dinos durch. Fliegen Korps über den Boden, nehmen die ganzen Dinos mit und kriegen so schnell das ein oder andere Level noch zusammen. Wobei, die sind relativ niedrigstufig. Da ein Level zusammenkriegt, das dauert. Ah! Explorer Nodes. Aber vorher legen wir uns nochmal mit dem hier an. Der würde mich sonst angreifen, sobald ich absteige. Auch nur ein Level 8er. So, die Explorer Nodes nehmen wir mit. Wenn ich schon mal bei denen bin und nebendran lande, dann kann ich die auch mitnehmen. Na, häng fest. Mach auf das Ding. Sehr schön. Wir werden aber gleich angegriffen, so wie es sich anhört. Gano. Euch habe ich ja zum Fressen gern. Oh, ein Level 36er. Ähnlich mal was Hochstufiges. Level 44er. Schon besser. So, äh, Level Up. Und zwar in Ausdauer. Wo denn? Schon wieder diese blöden Fliegendinger. Ein Dillow. Ist klar. Komm her. Da bist du ein Dillow nicht. Jetzt aber. So. Ruhe im Karton. Äh, ja. Dann einmal weiter in Richtung Schneebiom. Ich will mich nicht ganz so lang aufhalten hier eigentlich. Und wenn hier gerade so schön viele Dinos sind, dann muss ich das ausnutzen. Oh, cool. Nashorn. Nashorn ist sehr cool. Was machen die denn, bitteschön? Was ist denn das? Und wieso leuchtet der? Wieso leuchtet der gelb? Was ist mit dir kaputt? Hey, irgendwas verpasst? Wieso leuchtest du? Level 36, Kano. Männlich. Hä? What the hell? Wow, und was ist das denn? Cool. Was ist das denn für ein Saurier? Sieht aber mega gefährlich aus. Oh Gott. Yutrianus. Level 16. Keine Ahnung, was er kann, aber er sieht gefährlich aus. Ich kann dich nicht hochheben, oder? Ein bisschen viel verlangen, glaube ich. Ja, wir sind jetzt leider mit der Ausdauer am Ende. Ihnen juckt es nicht mal, dass ich ihn angegriffen habe. Das stört ihn nicht mal, die Bohne. Dein Dino fühlt sich unwohl. Und außer Kontrolle. Geil. Okay, krass. Boah, den will ich zähmen. Planänderung. Große Planänderung. Den will ich haben. Der ist ja mega cool. Aber wenn du meinen Dinos so einfach erschrecken kannst, ist der ja... Der ist ja mega krass schwer zu zähmen. Wo ist er denn hin? Das ist ja ein cooles Viech. Das ist er nicht. Da hinten ist er. Alter Schwede. Okay. Cooles Style. Da oben ist ein T-Rex. Allerdings, wenn ich jetzt absteige und er diesen Brüller loslässt... Auch schlecht. Krass. Oh, ich glaube, dass ich den mit Tropo vollkriege. Der ist zwar nur Level 16. Aber durch diese E-Fähigkeit mit dem Flüchten ist er scheiße. Pfeift dich auf jeden Fall schon mal auf Folgen. Ähm. Munition habe ich eigentlich genug. Zug. Wir parken mal da oben. Treffer. 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 Nur solange er mit den Dinos da beschäftigt ist, habe ich eine relativ gute Chance sogar. Treffer. Treffer. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Pfeile er da braucht. Aber ich habe relativ viele mittlerweile. Ah, er haut ab. Oder auch nicht. Doch, er haut ab. Hinder er! Da ist er. Ist er bewusstlos? Er ist bewusstlos, oder? Ne, ist er nicht. Aber er hängt fest. Ich habe einen bewusstlos gekriegt. Sehr geil. Äh. Ne, du. Hier. Ihr legt euch jetzt erstmal mit mir an. Wie, es ist schon wieder wach? Wo ist er denn? Wie jetzt? Er war doch gerade bewusstlos. Haben die ihn getötet? Äh? Äh, haben wir uns verpasst? Nein, oder? Die haben ihn doch getötet. Ich habe ihn getötet. Mit dir kaputt überhaupt. Ist irgendwie was Heilendes, so wie es aussieht. Was gibt es denn hier für Dinos? Ist ja der Wahnsinn. Boah, allerdings eine Chance hat er nicht wirklich. Aber der ist auch relativ, ja, 68er. Wo ist denn er hier hin? Scheiße, das muss ich mir nochmal anschauen. Die müssen ihn ja wirklich getötet. Ne, da liegt er doch. Er liegt nur ex... Liegt da, aber er liegt extrem scheiße da. Da liegt er. Sorry. Muss sein. Äh, du bist aber sowas von Fleischfresser. Haben wir den Prime Meat? Ja, haben wir. Prime Meat, Prime Meat, Prime Meat, Prime Meat, Prime Meat. Der ist ja mega genial. Und er ist super getarnt. Wieso liegt er denn komplett im Erdboden? So, Narkosemittel habe ich auch dabei. Der ist ja cool. So, Agent Havis, du folgst mir, okay. Männlicher Yitiranos. Wow, okay. 90% Effektivität, 7 Level plus. Wow, aber mit dem muss ich erstmal zurückkommen. Wir schauen mal, Sattel. Wow, Level 80. Okay. Perlen. Habe ich noch zu Hause liegen alles? Sehr genial. Cooler Dino, aber der liegt im Fels. Kein Wunder, dass ich ihn nicht gesehen habe. Bleibst du bitte da? So, unser Agent Havis hat auch ein Level. Wir stecken das nochmal in Ausdauer. So, wir stellen dich mal auf nicht mehr Folgen. Das Folgen habe ich eigentlich nur gemacht, damit er wirklich nicht wegfliegt, wenn er diesen Brüller abkriegt durch AE-Schaden. Oh, der ist ja mega cool. Volles Gefieder. Allerdings, für diese Folge war es das Ganze schon wieder von ARK. Ja, in der nächsten Folge. Wir werden ihn auf jeden Fall jetzt erstmal fertig zähmen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und wir bringen dann ihn erstmal nach Hause. Das wird relativ interessant, glaube ich. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.